Guten Morgen, willkommen zurück zu Betriebssysteme und Sicherheit. Ich entschuldige mich für die kleine Verzögerung. Wir haben hier so ein bisschen technische Hörsaal-Audio-Schwierigkeiten gehabt, hoffe ich. Trotzdem die Frage ins Internet, ob der Ton ankommt. Gerne kurz Feedback. Ansonsten machen wir heute weiter mit dem Thema Synchronisation. Wir haben uns letztes Mal mit diesem Vorlesungsabschnitt hier beschäftigt. Irgendwo habe ich auch noch Notizen, was ich wiederholen wollte. Wir sind also relativ früh eingestiegen mit diesem Beispiel, mit dieser einfach verketteten Liste und haben festgestellt, wenn zwei Threads auf eine gemeinsame Datenstruktur, im Shared-Memory-Segment oder auch im geteilten Speicher, weil sie zum selben Prozess gehören, auf dieselbe Datenstruktur zugreifen und das nicht koordiniert tun, sondern irgendwie überlappend, dann kann es passieren, dass zu einem ungünstigen Zeitpunkt ein Prozesswechsel stattfindet. Also was wir hier gesehen haben, dass hier nach diesen ersten zwei Statements hier von diesem Enqueue hat so ein Prozesswechsel stattgefunden, dann hat der andere Prozess in Enqueue gemacht, dann ist wieder ein Prozesswechsel passiert und der erste Prozess hat wieder seine Operation hier beendet und das hat also dazu geführt, dass die Datenstruktur hinterher keine valide, verkettete Liste mehr war. Die ist kaputt gegangen. Ja, also sehen das mal ein, das war irgendwie ein Problem. Dann haben wir ein paar Begriffe definiert, den Begriff der Race Condition, also mehrere Prozesse greifen konkurrierend auf dieselben Daten zu und was letztendlich hinten rauskommt, kommt auf die Reihenfolge an, in der die Prozesse auf diese Datenstrukturen zugreifen. Ja, das Ergebnis ist in dem Fall nicht vorhersehbar und kann sogar, wie wir gerade gesehen haben, inkorrekt sein. Feedback aus dem Internet, der Ton funktioniert, das ist schön. Deswegen muss man synchronisieren, wir haben auch den Begriff Synchronisation definiert, haben also gesagt, Synchronisation ist also eine Koordination von Kooperation und Konkurrenz, was dazu führt, dass diese Operationen in eine definierte Reihenfolge gebracht werden. Ja, wir wollen also prozessübergreifend das erreichen, was man in einem Prozess dadurch erreicht, dass man halt Dinge nacheinander tut. Wir wollen das auch prozessübergreifend nacheinander tun. Und den Begriff kritischer Abschnitt hatten wir noch, das ist also der Codeschnipsel, der diesen Zugriff durchführt und das darf, wenn ich korrekt synchronisiere, immer nur ein Prozess in diesem kritischen Abschnitt drin sein. Das Bild fehlt noch. Ja, das waren hier gerade zu viele Dinge, die auf einmal wieder schief gingen. Danke für das Feedback. Genau, also der Codeschnipsel. Das war also in diesem Beispiel hier, waren es diese zwei Zeilen. Bei dieser ersten Zeile haben wir festgestellt, da ist das gar nicht so schlimm, wenn die nicht synchronisiert ist, weil die noch losgelöst ist von dieser zentralen Datenstruktur. Und wir haben hier einen abstrakten Lösungsansatz uns angeschaut, den der Schlossvariablen. Wir wissen noch nicht, wie die funktionieren. Wir wissen nur, was die, sagen wir mal, in der API, in der Schnittstelle so können. Ja, und wir definieren also hier so eine Schlossvariable und auf dieser Schlossvariable können wir ein Acquire und ein Release machen. Und das Acquire, das verzögert den Prozess, bis dieses Schloss offen ist. Dann betritt es diesen kritischen Abschnitt und schließt hinter sich zu. Ja, und wenn ein anderer Prozess an diese Stelle kommt, dann blockiert er an dieser Stelle. Dann kommt er an der Stelle nicht weiter, sodass also eben dieses Ziel, das wir erreichen wollten, dass immer nur ein Prozess in diesem kritischen Abschnitt erreicht wird. Und am Schluss machen wir wieder ein Release, wo also dieses Schloss wieder freigegeben wird. Wir hatten uns angeguckt, was passiert, wenn man das naiv implementiert. Ja, das war also hier einfach eine Ganzzahl. Wie gesagt, dieses Lock ist einfach eine Ganzzahl. Und so implementieren wir das Acquire. Und haben also festgestellt, ja, wir haben hier so ein Problem, weil es zwischen der Überprüfung, ob das Schloss gerade frei ist, und dem Belegen des Schlosses, ja, Lock gleich 1, dass da dazwischen ein urgünstiger Kontextwechsel stattfinden kann und es dann möglich wird, dass mehrere Prozesse den kritischen Abschnitt belegen. Ja, weil dann nämlich letztendlich zum späteren Zeitpunkt dieser Prozess hier, von dem hier gerade weg geschedult wurde, im Glauben, dass der kritische Abschnitt frei ist, den kritischen Abschnitt trotzdem betritt. Ja, sodass also eine zentrale Eigenschaft von Schloss-Algorithmen, nicht eingehalten wird. Was für Eigenschaften waren das? Das war insbesondere die Sicherheit, ja, dass also wirklich der wechselseitige Ausschluss garantiert wird. Das wäre jetzt hier verletzt gewesen. Und noch so ein paar weitere Eigenschaften, die Sie also in der Übung diese Woche sich noch ein bisschen genauer anschauen. Und wir hatten uns ganz kurz einen Algorithmus angeschaut, nämlich Lampard's Bakery, der korrekt funktioniert, was man auch zeigen kann, der aber eine ganze Reihe von Nachteilen hat. Ja, also man weiß viele Dinge in der Regel nicht voraus und auch die Laufzeit von diesem Algorithmus ist nicht besonders toll. Ja, eigentlich wollen wir eine einfache Lösung, die das Problem auch löst. Deswegen hatten wir uns angeschaut, wie man das mit Hardware-Unterstützung machen kann. Man kann zum Beispiel einfach die Interrupts ausschalten. Wenn ich die Interrupts ausschalte, dann kann kein Kontextwechsel mehr stattfinden, weil letztendlich der Kontextwechsel durch einen Timer-Interrupt zum Beispiel ausgelöst wird oder durch einen Festbutton-Controller-Interrupt oder einen Tastatur-Interrupt oder was weiß ich. Ja, irgendeinen Interrupt. Wenn ich die ausschalte, dann kann es in unserem kritischen Abschnitt nicht mehr zu einem Prozesswechsel stattfinden, was ja eigentlich die Ursache war für unser Problem. Geht aber leider in der Regel erstmal nicht, zumindest nicht bei normalen Prozessen, weil normale Prozesse diese Instruktion nicht ausführen dürfen, weil sie nämlich dann ganz leicht ihre Privilegien ausweiten könnten. Zum Beispiel einfach die CPU nicht mehr hergeben. Im Betriebssystem-Kerne kann man das aber durchaus machen. Da werde ich auch gleich nochmal kurz dazukommen. Was aber geht für einen normalen Prozess, sind diese atomalen Operationen, zum Beispiel dieses Test-and-Set, eine Instruktion, die also dieses Überprüfen und dieses Setzen atomar in einem Schritt macht. Sodass also nicht dazwischen ein Interrupt kommen kann, der irgendwie einen Kontextwechsel auslöst. Wir haben aber auch festgestellt, dass all diese Ansätze dieses aktive Warten implementieren und das grundsätzlich keine gute Idee ist. Weil das Problem ist, dass der Prozess, der aktiv wartet in einer Schleife, einfach seine Zeitscheibe ausschöpft, einfach die ganze Zeit wartet, seine Zeitscheibe ausschöpft, darauf wartet, dass dieses Log frei wird, obwohl das gar nicht passieren kann. Weil das ja eigentlich erst passieren kann, wenn endlich wieder ein anderer Prozess drankommt, der dieses Log gerade hält und dann irgendwann mal freigeben wird. Durch dieses aktive Warten, durch dieses Ausschöpfen seiner Zeitscheibe in einer Schleife behindert der Prozess sogar letztendlich sich selbst. Weil er nämlich nicht dafür sorgt, dass der andere schnell drankommt, dass er dann wiederum in den kritischen Abschnitt eintreten kann. Schadet sich selbst. Stimmt nicht für Multiprozessor-Systeme, da verwendet man sogenannte Spin-Logs durchaus. Im Uniprozessor-Fall ist das grundsätzlich keine gute Idee. Und deswegen haben wir uns im letzten Abschnitt das letzte Mal das passive Warten angeschaut. Wo die Idee ist, dass der Prozess in dem Moment, wo er merkt, dass dieses Log nicht frei ist, die CPU hergibt. Also dann aktiv dafür sorgt, dass ein anderer Prozess oder irgendwelche anderen Prozesse weiterrechnen können und insbesondere auch irgendwann mal der andere Prozess weiterrechnen kann, der diese Sperre hält. Und das involviert aber das Betriebssystem. Da muss man also letztendlich das Betriebssystem informieren. Ich möchte jetzt darauf warten, dass eine Schlossvariable frei wird. Wenn das Betriebssystem das weiß, dann schließt das Betriebssystem an der Stelle diesen Prozess vom Scheduling aus. Der kommt nicht mehr in die Ready-Liste, sondern kommt in eine Warteliste zu diesem Warteobjekt, zu dieser Schlossvariable. Die Schlossvariablen sind dann Betriebssystemobjekte und die haben Wartelisten. Und ein Prozess, der darauf wartet, der wird dann dort eingereiht. Und aus Sicht dieser Prozesszustände ist das einfach ein, oder nochmal, äquivalent zu einem IO-Burst. Mit allen Randeffekten, die sonst noch so dazugehören. Ein so ein Warteobjekt, das im Betriebssystem implementiert ist, das man auch als Schlossvariable verwenden kann, ist der Semaphore. Was ist ein Semaphore? Hatten wir gesagt, das ist eine nicht-negative ganze Zahl. Darf kein Minusvorzeichen bekommen. Und es gibt darauf zwei unteilbare Operationen, dieses Down und das Up, oder P und V, oder Weight und Signal. Mit diesen Eigenschaften. Wenn ich einen Down auf einem Semaphore aufrufe und der Semaphore hat momentan den Wert 1, 2, 3, irgendwas, also irgendwas größer als 0, dann wird der einfach dekrementiert um 1. Sonst passiert da nichts. Und der spannende Fall ist, wenn der Semaphore zu dem Zeitpunkt, wo ich Down darauf aufrufe, den Wert 0 hat. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich das Ding ja nicht mehr weiter dekrementieren. Und dann blockiert dieser Prozess. Dann wird das Betriebssystem in diesem Moment den Semaphore nicht dekrementieren, sondern diesen Prozess in dem Moment blockieren, also sprich von der weiteren Zuteilung von CPU ausschließen. Sprich, der kommt nicht in die Ready-Liste, sondern der kommt in die Warteliste von diesem Semaphore. Und da verharrt der. Ja, da bleibt der stehen, da blockiert der. Bis irgendwann mal ein anderer Prozess, das kann ja natürlich nicht dieser Prozess selbst sein, bis irgendwann mal ein anderer Prozess dass auf demselben Semaphore ein V aufruft, ein Signal. Ja, ein Up. Ja, und wenn das passiert, während dieser andere Prozess wartet, dann wird eben der oben genannte Prozess einfach wieder deblockiert. Wenn gerade kein Prozess wartet und ich rufe ein V auf, dann wird dieser Semaphore mal eins inkrementiert. So, und der Grund, warum diese beiden primitive Wait und Signal heißen, liegt auch darin begründet, dass das letztendlich eine Art des Signalisierens von Prozessen untereinander ist. Ich kann mit dem Aufruf von Signal einem anderen Prozess, der gerade wartet, signalisieren, dass er jetzt aufhören kann zu warten, dass er jetzt weiterarbeiten kann. Ja, deswegen heißen diese Operationen so. Ja, deswegen spricht man hier auch von Synchronisation, und Signalen. So, und dann hatten wir uns auch noch kurz überflugsmäßig mal eine Implementierung angeguckt aus einer Lehrveranstaltung, die ich im Sommer anbiete, Betriebssystembau, da müssen Sie das selber bauen und natürlich hier nicht spicken auf dieser Folie. Wo man also sieht, dass das Wait genauso implementiert ist, wie es gerade diskutiert war. Wenn dieser Counter gleich Null ist, dann wird, live ist hier der aktuelle Thread, der wird in den Waiting Room von diesem Semaphore hier eingereiht, und dann wird dem Scheduler gesagt, dieser Prozess wird jetzt blockiert. Sprich, der kommt nicht mehr in die Ready-Liste. Nimm einen anderen Prozess dran, ohne den aktuellen Prozess in die Ready-Liste zu stecken. So, und jetzt habe ich eine Frage gekriegt auf YouTube. Da scrolle ich nicht immer vorbei, also ich empfehle stark, die Fragen lieber im Chat oder auf Frage jetzt zu stellen, aber die ist an mir vorbeigespült worden. Hier ist die Frage gewesen, warum können diese Semaphoren als Atomar in diesem Wait angesehen werden? Wenn in der Semaphore nach dem if Counter ist gleich Null, also nach dieser Zeile hier, wenn hier ein Kontextwechsel auftritt, dann haben wir doch dasselbe Problem wieder. Dann sind wir doch genauso weit wie vorher. Die selbe Frage kam, oder eine verwandte Frage kam auch auf Frage jetzt. Ich behaupte, das ist exakt dieselbe Frage. Deswegen lese ich die jetzt nicht nochmal vor. Wenn das nicht stimmt, ich klicke die jetzt weg. Wenn das nicht stimmt, dann bitte nochmal anders formulieren. Und das ist natürlich völlig richtig. Das ist eine sehr gute Frage. Wieso habe ich hier nicht dasselbe Problem wieder? Wenn ein Kontextwechsel jetzt hier stattfindet, passiert mir wieder genau das Gleiche. Ich habe einen Check durchgeführt, ist der Semaphore Null? Jetzt werde ich weggeschedult und zum späteren Zeitpunkt komme ich wieder dran, während aber jemand anders den Semaphore schon wieder auf Eins oder auf Zwei sogar inkrementiert hat. Da würde ich unnötig blockieren und zwar möglicherweise sogar bis ans Ende meiner Tage. Wenn nie wieder jemand ein V aufruft, dann blockiert dieser Prozess endlos, obwohl der Semaphore, an dem er blockiert, eigentlich einen Wert größer Null hat. Das ist eine Situation, die darf eigentlich nicht eintreten. Und was man hier machen muss, ist letztendlich, man muss natürlich die Implementierung von diesem Semaphore, und das ist jetzt im Betriebssystem, die Implementierung von diesem Semaphore auch wiederum synchronisieren. So, das klingt jetzt irgendwie nach so einem rekursiven Problem und das muss ich wieder synchronisieren mit einem Synchronisationsmechanismus, den ich synchronisieren muss, irgendwie doof. Hier kann ich jetzt aber plötzlich noch ganz andere Mittel einsetzen. Also ich kann zum Beispiel jetzt, da das im Betriebssystemkern passiert, die Interrupts sperren. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Und im Allgemeinen muss ich hier ein, letztendlich das Problem der Interrupt-Synchronisation lösen. Ja, ich muss dafür sorgen, irgendwie dafür sorgen, und das ist letztendlich ein vertieftes Thema, das wir dann im Sommer behandeln, da beschäftige ich mich allein zwei Vorlesungen damit, wie man dieses Problem löst, ohne dass man die Interrupts sperren muss. Oder wie man sie vielleicht nur selten sperren muss. Ja, aber es ist völlig richtig, ich muss irgendwie im Betriebssystem dafür sorgen, dass dieses Wait hier, dass während dieses Wait hier läuft, ich nicht weggeschedult werden kann. Dass also hier kein Kontextwechsel stattfinden kann. Ja, aber das soll ein Thema für einen anderen Tag sein. Okay, und hier ungefähr sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben also festgestellt, ich kann diesen Semaphore auch tatsächlich für den gegenseitigen Ausschluss nutzen. Ja, ich initialisiere den mit 1. Und, naja, statt dem Acquire sage ich jetzt hier Wait, ja, also dieses P, dieses Down auf dem Semaphore. Ja, was dazu führt, wenn ich der Erste bin, der hier an diese Stelle kommt, dann dekrementiere ich einfach den Semaphore von 1 auf 0, betrete den kritischen Abschnitt. Der zweite Prozess, der an diese Stelle kommt, während der Erste noch im kritischen Abschnitt drin ist, der wird hier an dieser Stelle feststellen, äh, was heißt der wird feststellen, der ruft Wait auf und das Wait wird dann blockiert. Ja, weil das dann eben dieser erste, dieser obere Fall ist bei dieser Semaphore-Implementierung. Semaphore hat den Wert 0, das heißt, dieser Prozess blockiert jetzt, der kommt nicht mehr in die Ready-Liste, der kommt in die Warteliste von diesem Semaphore-Objekt, wird erstmal nicht mehr dran kommen, kriegt keine CPU mehr, blockiert an dieser Stelle, wartet an dieser Stelle. Ja, bis der erste Prozess wieder hier unten an diese Stelle kommt, Signal aufruft, was im Normalfall, wenn sonst, wenn gerade kein Prozess wartet, den Semaphore um eins inkrementieren würde, auf eins. Nur in diesem Fall, wo der zweite Prozess jetzt wartet, wird stattdessen dieser zweite Prozess aufgeweckt, also sprich, der kommt wieder in die Ready-Liste und kann dann, sobald er die CPU zugeteilt bekommt, weil der Skate-Wording-Algorithmus das entschieden hat, tatsächlich auch hier den kritischen Abschnitt betreten. Man muss hier natürlich aufpassen, dass nur ein Prozess aufgeweckt wird, also wenn mehrere Prozesse gerade in dem Wait stehen, dann darf ich nur einen aufwecken und muss man natürlich auch überlegen, welchen von den gerade erwartenden nehme ich hier. Wechselseitiger Ausschluss ist eine Möglichkeit, Semaphoren zu nutzen, zur Synchronisation, es gibt aber noch andere, zum Beispiel die sogenannte einseitige Synchronisation, wenn ich also Produzenten und Konsumenten habe, Producer-Consumer-Szenario, dann muss ja der Consumer immer warten, bevor er ein Element aus dieser Queue rausnehmen kann und auch dieses Warten sollte man passiv tun. Und entsprechend steckt hier der Producer ein Element in die Queue und ruft dann ein Signal auf einen Semaphore auf, der Initial den Wert 0 hat, während möglicherweise hier schon ein Consumer darauf wartet, dass der Producer ein Element in diese Queue reinlegt. Und das heißt einseitige Synchronisation, weil nur die eine Seite, nämlich der Konsument, blockieren kann. Nur das Wait kann blockieren, das Signal blockiert nicht. Das Signal weckt entweder einen anderen Prozess auf oder es inkrementiert diese Zahl um 1. Diese beiden Dinge, aber da gehört kein Blockieren dazu. Und weiteres Synchronisationsmuster ist die betriebsmittelorientierte Synchronisation, die im Prinzip genauso wie der wechselseitige Ausschluss funktioniert, nur dass der Semaphore hier nicht initial den Wert 1 bekommt. 1 ist letztendlich die Anzahl der Prozesse, die hier in diesem kritischen Abschnitt sein dürfen. Beim wechselseitigen Ausschluss will ich, dass immer nur ein Prozess in diesem kritischen Abschnitt sein darf. Bei der betriebsmittelorientierten Sekundisation erlaube ich mehr als einen Prozess, zum Beispiel drei Prozesse in diesem kritischen Abschnitt hier. Und dann nehme ich halt hier als Initialwert für diesen Semaphore den Wert 3. Gibt es soweit Fragen zu dieser Wiederholung? Soweit waren wir das letzte Mal. Ich sehe jetzt erstmal akut keine. Man kann mit Semaphoren auch noch komplexere Synchronisationsprobleme lösen, zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel für ein Synchronisationsproblem, nämlich das Leserschreiber-Problem. Vom Leserschreiber-Problem gibt es sogar mehrere Varianten. Das ist das erste Leserschreiber-Problem. Wir haben also das Problem, wir haben eine, sonst müsste ich ja nicht synchronisieren, ich habe eine gemeinsam genutzte Datenstruktur. Wir haben mehrere Prozesse, die darauf zugreifen möchten. Und manche von diesen Prozessen wollen nur lesen. Und manche von diesen Prozessen wollen schreiben. Und es ist auch relativ klar, wenn ich mehrere Prozesse habe, die lesen wollen, dann können die gleichzeitig lesen. Wenn ich lese, dann störe ich niemanden anderen. Ich kann gemeinsam in ein Buch reingucken. Schreiben darf immer nur einer. Schreiben darf immer nur einer, im Allgemeinen, weil ich sonst wieder Gefahr laufe, dass meine Datenstruktur zerstört wird. Und während einer schreibt, darf natürlich auch keiner lesen. Weil der möglicherweise sonst einen inkonsistenten Zustand liest. Also, ich lasse entweder mehrere Leser gleichzeitig zu, oder ich lasse einen einzigen Schreiber zu. Und der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Leserschreiberproblem ist, wer von diesen beiden Kategorien Priorität bekommt. Also beim ersten Leserschreiberproblem haben die Leser Priorität, beim zweiten Leserschreiberproblem haben die Schreiber Priorität. Und dann gibt es noch das dritte, wo man das balanciert. Auch das kann ich mit Semaphore implementieren. Das sieht jetzt schon ein bisschen komplizierter aus. Ich brauche jetzt nämlich auch schon mehr als einen Semaphore. Ein Semaphore ist hier Mutex genannt. Mutex für Mutual Exclusion, wechselseitigen Ausschluss. Und einen Semaphore, der hier genannt ist, WRT für Writer. Das ist der Writer-Semaphore. Und die initialisiere ich beide mit 1. Und dann habe ich noch so eine Integer-Variable Re-Incout, die initialisiere ich mit 0. Und so ein Schreiber ist relativ einfach implementiert. Der muss einfach darauf warten, dass dieser Writer-Semaphore hier frei wird. Also wenn es also als erstes ein Writer kommt, dann dekrementiert er hier diesen Writer-Semaphore von 1 auf 0 und darf schreiben. Wenn der zweite Schreiber kommt, dann wird er da blockieren. Dann wird er hier blockieren und kommt erstmal nicht in diesen kritischen Abschnitt, bis der erste Schreiber hier wieder den kritischen Abschnitt verlassen hat. Und der Leser ist schon wieder ein bisschen komplexer. Da muss ich jetzt erstmal hier mit diesem Mutex, das ist diese andere Semaphore, mit diesem Mutex hier dafür sorgen, dass dieser Abschnitt hier nicht von mehreren Lesern gleichzeitig betreten wird, weil ich hier mit dieser Read-Count-Variable irgendwie hantiere. Ich modifiziere die, dann mache ich irgendwie einen Check, dann mache ich irgendwie ein bedingtes Wait oder so. Und währenddessen möchte ich nicht von einem anderen Leser gestört werden, weil das Read-Count wiederum selbst an der Stelle möglicherweise kritisch ist, also die Operation darauf. Also ich sorge erstmal dafür, dass nur ein Leser in diesem Abschnitt hier sein kann. dann sage ich, ich bin jetzt, es gibt jetzt einen Leser mehr. Read-Count zählt einfach die gerade lesenden Leser. Ich erhöhe das um 1 und wenn ich der erste Leser bin, dann ist der Read-Count ja 1, weil dann war er vorher 0. Wenn ich der erste Leser bin, der anfangen will zu lesen, dann blockiere ich mich an diesem Write-Semaphore vor. Damit setze ich erstmal durch, dass ich nicht gleichzeitig lese, während ein Schreiber schreibt. Sonst würde ich ja, wenn ein Schreiber gerade hier schreibt, dann hätte er diese Writer-Semaphore hier auf 0 dekrementiert, dann würde ich hier blockieren. Und andersrum, wenn das hier zurückkehrt, dann habe ich den Writer-Semaphore dekrementiert und die Schreiber warten hier. Damit sorge ich dafür, dass also entweder der Schreiber schreiben oder ein Schreiber schreibt oder mehrere Leser lesen. Wenn ich der zweite, dritte, vierte bis Ende Leser bin, dann mache ich das hier nicht, weil dann weiß ich ja schon, dass die Leser gerade lesen und dann kann ich lesen. Also letztendlich dieses If hier sorgt dafür, dass mehr als ein Leser lesen kann. So und am Schluss hier muss ich natürlich alles wieder rückgängig machen. Das ist letztendlich spiegelbildlich zu der oberen Hälfte. Durch diese Implementierung kann ich also das erste Leser-Schreiber-Problem lösen, aber es ist jetzt, es springt nicht direkt ins Auge, dass das richtig ist. Das ist irgendwie, man muss da länger darüber nachdenken, ob das korrekt implementiert ist. Das ist auch tatsächlich ein Problem. Ja, also letztendlich das Einhalten dieses Protokolls. Ich muss irgendwie, idealerweise hätte ich irgendeinen Mechanismus, vielleicht irgendwie in Programmiersprachen unterstützten Mechanismus, der das durchsetzt, der dieses Protokoll, das hier eingehalten wird, dieses Synchronisationsprotokoll, das hier eingehalten werden muss, durchsetzt. Und das ist erstmal auf dieser Ebene nicht vorgesehen. Zu Semaphore gibt es noch Erweiterungen, also zum Beispiel eine Einschränkung von Semaphore auf Binarität, also binäre Semaphore, die einfach nur die Werte Null und Eins annehmen kann. Noch eine Spezialisierung davon ist ein Mutex. Man könnte sagen, ein Mutex ist eine binäre Semaphore, das ist aber nicht ganz identisch, weil ein Mutex auch noch erzwingt, dass das Belegen und das Freigeben, also das auf Null dekrementieren und wieder auf Eins erhöhen, dass das derselbe Prozess machen muss. Sprich, bei einem Mutex kommt noch dazu ein Besitzer und nur der Besitzer darf den Mutex wieder freigeben. Das ist so der kleine semantische Unterschied. Man kann dieses Wage auch noch so bauen, dass es nicht blockiert, dass man quasi das Blockieren oder dass man das Dekrementieren probieren kann als Prozess und wenn das nicht klappt, dann kriegt man halt einen Rückgabewert. Hat nicht geklappt, aber der Prozess blockiert nicht. Es gibt Fälle, wo das hilfreich ist. Man kann ein Wait mit einem Timeout implementieren, sodass es also nach einer Weile, wenn es länger als 10 Sekunden blockiert hat, dass das Wait wieder zurückkehrt und man kann, und das ist auch in gängigen Betriebssystem implementiert, so ein ganzes Array von Semaphore im Betriebssystem vorsehen. Das klingt jetzt erstmal nicht nach was Speziellem, man könnte sich ja genauso in der Anwendung ein Array von Semaphoren anlegen. Der Trick oder der Gag hier ist, dass ich, wenn das im Betriebssystem unterstützt ist, dann kann ich auf diesem Array von Semaphoren atomar agieren. Also ich kann zum Beispiel einen Auftrag in ein spezielles Wait reingeben, der sagt, dekrementiere Semaphore 1, 3 und 5 und inkrementiere Semaphore Nummer 8. Das wird dann mit dem Betriebssystem übergeben und das macht das atomar. Und nur wenn das atomar klappt, dann passiert das auch und eben nicht schrittweise. Da gibt es Implementierung, also System5-Semaphore können das. Probleme mit diesen Synchronisationsmechanismen, Gefahr von Deadlocks, von Verklemmungen, da kommen wir gleich dazu. Und wie wir gerade schon bei diesem ersten Leser-Schreiber-Problem haben, komplexere Synchronisationsmuster und die gibt es noch in viel schlimmer, sind damit schwierig umzusetzen. Es ist vor allem schwierig, das richtig zu machen. Also wenn ich irgendwie mehrere kooperierende Prozesse habe, die alle auf derselben Datenstruktur operieren, dann muss ich irgendwie drauf hoffen, drauf bauen, dass alle beteiligten Prozesse dieses Synchronisationsmuster korrekt einhalten. Wenn das irgendeiner nicht tut, weil der Programmierer, der das dann in irgendeiner anderen Programmiersprache vielleicht geschrieben hat, weswegen also derselbe Code nicht verwendet werden konnte, wenn der irgendeinen Programmierfehler gemacht hat, dann kann in irgendwelchen seltsamen, seltenen Fällen, in 10.000 Meter Höhe beim Kunden, dann doch ein Problem auftreten und meine Datenstruktur kaputt gehen. Letztendlich wird die Benutzung von diesem Semmerfall überhaupt nicht erzwungen. Ich kann letztendlich einen Programmierer haben, der Montagfrüh noch völlig verschlafen Zugriff auf diese Datenstruktur implementiert, wo überhaupt kein Semmerfall belegt wird. Was man eigentlich will, ist Unterstützung durch die Programmiersprache. Programmiersprache, wo der Compiler mich dann zwingt, das richtig zu machen. Da gucken wir gleich noch eine Lösung an, die das tut, aber erst mal Fragen bis hierhin. Es ist doch gar nicht Montagfrüh. Naja. Okay. Unterstützung durch die Programmiersprache. Da gibt es ein Konzept, das ist auch schon ein paar Jahre alt, der sogenannte Monitor. aus den 70ern ein abstrakter Datentyp, der implizite Synchronisationseigenschaften hat. Das steckt also quasi verbacken in diesem Datentyp drin. Und zwar zum einen mehrseitige Synchronisation an der Schnittstelle, mehrseitig, sprich mehrere Seiten, die auf diesem Monitor irgendwie, also die Monitor-Schnittstelle benutzen wollen, können blockieren. Einseitige Synchronisation, einer kann blockieren, mehrseitig mehrere können blockieren. Also letztendlich gegenseitiger Ausschluss aller Methoden, Methodenausführungen. Also sprich abstrakter Datentyp, ich leite davon ab, ich habe irgendwie eine Monitor-Klasse, mehrere Methoden, und Prozess 1 ruft Methode 1 auf und die macht jetzt gerade irgendwelche spannenden Dinge und Prozess 2 ruft währenddessen Methode 2 auf, wechselseitiger Ausschluss sorgt dafür, dass der jetzt warten muss, dass der blockiert, bis Prozess 1 aus der Methode 1 wieder ausgetreten ist. Das ist das eine, also es darf immer nur ein Prozess in der Methode ausführen auf diesem abstrakten Datentyp und das zweite ist, dass man innerhalb des Monitors sogenannte Bedingungsvariablen hat, mit der man einseitige Synchronisation implementieren kann, da schauen wir uns gleich noch ein Beispiel an. Da gibt es auch wieder so ein Wait und Signal, wo die eine Seite, der Konsument zum Beispiel, warten kann und das Signal diesem wartenden Prozess dann signalisieren kann, okay, jetzt ist wieder ein konsumierbares Element in die Datenstruktur reingelegt worden oder sowas. Also ganz ähnlich wie in Semmer 4. Monitore werden von Programmiersprachen unterstützt, da gibt es eine ganze Reihe, die Sie wahrscheinlich noch nicht gehört haben, Concurrent Pascal, Chill, aber Java ist wahrscheinlich jedem hier im Raum ein Begriff. Java unterstützt Monitore, die heißen da bloß nicht so, zumindest nicht so offensichtlich. Schauen wir uns aber gleich noch an, wie das bei Java funktioniert. Das ist jetzt ein Pseudocode Beispiel, eine synchronisierte Warteschlange, aber mit Monitoren synchronisiert. Also SyncQ ist ein Monitor, hat intern als Attribute eine Q-Datenstruktur und eine Condition-Variable, das sind diese Bedingungsvariable, an denen man auch blockieren kann mit dem Wait. Schauen wir mal, was das DQ hier macht. Das DQ schaut, überprüft hier, ob in dieser Q hier was drin liegt und solange diese Q hier leer ist, blockieren wir an dieser Bedingungsvariable NotMT. Wir warten auf das Ereignis nicht leer. Hier blockieren wir und wenn diese Schleife dann irgendwann verlassen wird, dann wissen wir, jetzt ist was drin. Dann kann man ein DQ machen und das Ergebnis von dem Aufrufer zurückgeben. Während wir hier blockieren, kommt vielleicht irgendwann mal ein anderer Prozess, der ruft ein Enque auf und das Enque steckt erstmal ein Element in die Queue und ruft dann ein Signal auf diesem Ereignis, auf dieser Bedingungsvariable NotEmpty auf und signalisiert damit einem oder allen oder mehreren wie auch immer auf dieses Ereignis wartenden Prozesse. Dass das Ereignis nicht leer jetzt aufgetreten ist. Sieht jemand hier ein Problem bei dem, was ich bis jetzt erzählt habe? Ich hatte gesagt, diese Monitor Methoden sind mit wechselseitigem Ausschluss synchronisiert. Was passiert denn, wenn ich in dem DQ bin und dann dort warte? Kann dann irgendjemand überhaupt noch ein Enque aufrufen? Also ja, klar, kann er, aber das wird erst mal nicht funktionieren, weil das Enqueue natürlich dann blockiert, also wir warten darauf, dass der andere Prozess erst mal das DQ wieder verlässt. Meine Geschichte war nicht ganz vollständig, das funktioniert natürlich trotzdem, weil in dem Moment, wo ein Prozess hier in so einer Monitor Methode hier ein Wait aufruft, wird dieser wechselseitige Ausschluss wieder freigegeben, also der Monitor wird wieder hergegeben. Während dieser eine Prozess hier drin blockiert, kann ein anderer Prozess in dieses Enqueue hier eintreten. Das Einzige, was der Monitor eben trotzdem weiterhin garantiert, dass trotzdem immer nur ein Prozess gerade tatsächlich Code innerhalb einer Monitor Methode ausführt. Wenn ein Prozess wartet und es tritt ein Ereignis auf, also es tritt das Ereignis nicht leer zum Beispiel auf, dann wird mindestens ein Prozess deblockiert, aber höchstes ein Prozess darf nach der Operation dann tatsächlich schon weiter rechnen. Also deblockieren und schon weiter rechnen dürfen sind nochmal zwei separate Schritte, weil der wechselseitige Ausschluss trotzdem weiter noch garantiert wird. Und letztendlich gibt es davon auch verschiedene Implementierungen. Also man kann zum Beispiel sagen man das Signal das befreit, also deblockiert nur einen Prozess, der gerade wartet oder das werden alle deblockiert. Wenn ich zum Beispiel hier mehrere Prozesse habe, die ein Dequeue aufgerufen haben, all diese Prozesse blockieren hier in diesem Wait und es ruft jetzt ein anderer Prozess ein Enqueue auf, dann kommt ein neues Element in Dequeue, dann wird einmal das Signal aufgerufen, trotzdem werden aber es darf immer nur einer wieder tatsächlich weiter rechnen, also einer von den vielen, der jetzt aufgeweckt wurde, der kommt halt als erstes dran, weil der Scheduler das so entscheidet, der verlässt dann hier diese Schleife, weil die Queue jetzt nicht mehr empty ist, der macht hier ein Dequeue und alle weiteren Prozesse, die hier gewartet haben, die werden dann beim erneuten Überprüfen das ist so die Variante, man kann einen aufwecken oder auch viele, wenn ich nur einen aufwecke, dann muss ich vielleicht mir auch Gedanken darüber machen, welchen ich aufwecke, ich muss vielleicht auch gucken, wie funktioniert die Scheduling-Strategie im Scheduler, dann wecke ich vielleicht den, der die höchste Priorität hat, den, der, weiß ich parallel zur CPU-Zuteilungsstrategie mache. Und hier Besitzwechsel des Monitors, auch da gibt es verschiedene Varianten, also ich hatte ja gesagt, wenn hier ein Prozess wartet, dann gibt er den Monitor wieder her, es kann ein anderer Prozess hier in das Enqueue eintreten und die Frage ist jetzt bei diesem Signal, wenn dieses Signal hier ausgeführt wird und diese Bedingung hier signalisiert wird und diese Prozesse hier deblockiert werden in dem Wait hier unten, findet dann zu diesem Zeitpunkt sofort ein Monitor Transfer statt, also darf dann blockiert dann irgendwie solange der hier erstmal an dieser Stelle und irgendeiner von den anderen darf erstmal weiterrechnen, weil sie gerade deblockiert wurden oder behält der den Monitor und rechnet erstmal zu Ende, bis er den Monitor sowieso hergibt, weil er diese Enqueue Methode verlässt, auch da gibt es verschiedene Varianten. Und welche Implementierung man da wählt, das kommt so ein bisschen darauf an, sagen wir mal, was angenehmer ist, auch an der Programmiererschnittstelle. Schauen wir uns das mal an, wie das in Java aussieht. In Java ist das letztendlich verborgen hinter dem Schlüsselwort synchronized. Wer hat schon mal ein synchronized benutzt in Java? Ich sehe da zumindest eine Hand, das ist gut. Das ist das, was dahinter steckt. Sobald ich in Java eine Klasse habe, in der die Methoden synchronized sind, ist diese Klasse ein Monitor. Da steckt dann automatisch dahinter jede Methode von dieser Klasse oder nee, es darf immer nur ein Thread egal welche Methode von dieser Klasse ausführen, alle anderen Threads müssen warten und über dieses Notify und dieses Wait kann ich über Bedingungsvariablen kommunizieren. Wobei es tatsächlich keine Möglichkeit gibt, mehrere Bedingungsvariablen anzulegen, wie im allgemeinen Monitor-Konzept, sondern bei Java steckt das auch implizit versteckt in dieser Klasse drin, es gibt implizit genau eine Bedingungsvariable. Diese eine Bedingungsvariable, die hier auch nicht benannt ist, weil ich sie nicht benennen kann, die wird hier signalisiert mit dem Notify oder Notify All, das macht auch genau diesen Unterschied, wecke ich alle auf, die gerade warten oder wecke ich einen auf, ich weiß gar nicht, wie die Variante heißt mit einen Einzelnen, doch Notify heißt die Einzelne, wecke den Einzelnen auf und das Wait hier wartet. Grundsätzlich klar, wie das funktioniert und was der Bezug zum Monitor-Konzept aus den 70ern ist, der, oder einer der Erfinder von diesem Monitor-Konzept, der hat sich fürchterlich aufgeregt über diese Variante, wie sie in Java implementiert wurde, weil, ja, weil Java letztendlich das doch wiederum wieder nicht richtig erzwingt, weil ich nämlich nicht gezwungen bin, an jede Methode ein Synchronized ranzuschreiben. Und wenn ich hier bei irgendeiner Methode dieses Synchronized weglasse, dann nimmt die auch nicht an diesem wechselseitigen Ausschluss teil, ja, sondern nur die Methoden, wo ein Synchronized dran steht oder anders gesagt, ich habe nur dann einen reinen Monitor, wenn ich wirklich an jede Methode ein Synchronized dran schreibe, die Methoden, wo kein Synchronized dran steht, die verletzen das Monitor-Konzept, die können auch wiederum Synchronisationsprobleme, Erase-Conditions verursachen. Ja, also Pierre Brinch-Hansen hat da also gesagt, hier wurden also 25 Jahre der Forschung im Bereich nebenläufiger Programmierung irgendwie ignoriert und alles schlimm. Das kann man so sehen, ja, also sobald man hier ein Synchronized weglässt, habe ich wieder das, stehe ich wieder vom selben Problem. Hat jemand eine Idee, warum die Java-Entwickler das trotzdem so implementiert haben, dass man auch Methoden haben kann, die nicht Synchronized sind? Warum würde man das wollen? Da hinten? Das war mir ein bisschen zu leise, sorry. Also, manche Methoden lesen vielleicht nur irgendwie statische Daten, wo ich nicht synchronisieren muss, ja, oder im allgemeinen Fall. Es gibt vielleicht Methoden, wo ich als Programmierer weiß, hier passieren Dinge, die muss ich nicht synchronisieren. Ich greife hier auf eine Datenstruktur zu, die vielleicht selbst schon wieder synchronisiert ist. Ich greife nur lesend auf eine Datenstruktur zu, wo ich weiß, dass in der aktuellen Programmphase keiner Schreiben darauf zugreift, wie auch immer. Also, irgendwie weiß ich Dinge als Programmierer, die über das Konzept hier hinausgehen. Und warum mache ich das dann? Naja, aus Performancegründen. Weil dann habe ich keinen wechselseitigen Ausschluss mit anderen Threads, die gerade ein, weiß ich nicht, NQ machen oder so, wo ich doch synchronisieren muss. Performance hat hier mal wieder über Sicherheit triumphiert. Okay, fassen wir den Teil mal zusammen. Wenn ich nicht synchronisiere, dann bekomme ich möglicherweise Fehler. Möglicherweise, dummerweise auch möglicherweise sehr selten Fehler. die sehe ich vielleicht in meinen Testcases gar nicht, sondern ich sehe die erst nach Jahren beim Kunden und dann passieren schlimme Dinge. Ich muss also synchronisieren und ich muss, das haben wir jetzt gerade bei dem Monitor auch gesehen, möglicherweise auch aufpassen, dass ich, das gilt aber für die Semaphore genauso, möglicherweise auch aufpassen, dass ich beim Deblockieren mich, sagen wir mal, entlang der Entscheidungen des Schedulers orientiere. Dass ich also nicht zum Beispiel den Prozess deblockiere, der die niedrigste Priorität hat, sondern vielleicht dann den Scheduler frage. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen zum Beispiel so eine Lösung, wo alle aufgeweckt werden, obwohl oft nur einer drankommen kann, das Problem umgeht. Wenn ich alle aufwecke, dann tue ich sie alle in die Ready-Liste und alle unterliegen der Scheduling- Reihenfolge. Da kann wieder der Scheduler entscheiden, wer ist denn mein Wichtigster. Ad-Hoc-Verfahren haben wir uns angeschaut, aktives Warten, Verschwenden, Rechenzeit, insbesondere natürlich auf Unicore-Systemen, will man eigentlich nur in Multiprozess-Systemen haben und eigentlich auch dort will man nur kurz aktiv warten, weil man eigentlich immer CPU-Zyklen verschwendet, selbst wenn ich damit nicht jemand anderen am Arbeiten hindere. Wir haben uns ein betriebssystemgestütztes Verfahren angeguckt, nämlich den Semaphore mit der Variante auch Mutex, wo ich also viele Synchronisationsmuster mit implementieren kann, wo ich aber möglicherweise Programmierfehler mache. Und wir haben uns ein sprachgestütztes Verfahren angeguckt, nämlich die Monitore, die viel eingeschränkter sind als Semaphore. Wenn Sie zum Beispiel versuchen, das Leserschreiber-Problem mit Monitoren zu implementieren, das ist ganz schön eklig, weil man zum Beispiel, man möchte ja zulassen, dass mehrere Leser gleichzeitig lesen können. Wie mache ich das mit einem Monitor? Erstmal nicht. Monitor ist nicht für dieses Problem gemacht, aber für die Probleme, für die sie gemacht sind, sind sie natürlich sehr hilfreich, weil der Compiler hier erzwingt, dass das Protokoll eingehalten wird. Je nachdem, wie das implementiert ist, kann das relativ teuer sein, weil ich relativ viele Kontextwechsel machen muss, wenn der Monitor Besitz wechselt von dem gerade blockierten oder von dem gerade signalisierenden zum blockierten und so weiter. Dafür aber eben sicher, weil der Compiler mir hier Garantien gibt. noch Fragen zu diesem Kapitel? Akut keine. Dann springe ich zum nächsten Kapitel, das auch direkt verwandt ist, weil diese Deadlocks, über die ich jetzt sprechen möchte, direkt ausgelöst werden von Synchronisation. Wir werden uns also erstmal kurz angucken, was sind die Ursachen für Deadlocks? Wie sieht das eigentlich aus? Wie kann ich das vielleicht sogar erkennen? Und dann schaue ich mir konkret an, wie das also bei Prozessen aussieht, also erstmal im allgemeinen Fall und dann mal konkret an Prozessen und wir werden uns verschiedene Arten von Betriebsmitteln anschauen und was, wie ich an der Belegung von Betriebsmitteln erkennen kann, dass jetzt ein Grad an Deadlock vorliegt. Wir werden uns ein klassisches Verklemmungs-Deadlock-Problem angucken, das sind die fünf Philosophen. Sind Ihnen die schon mal über den Weg gelaufen? Die Dining Philosophers? Dann wird es Zeit. Und dann am Schluss, und das werde ich, denke ich, heute nicht mehr schaffen, werden wir über Gegenmaßnahmen reden. Also was kann ich tun, damit ich Deadlocks vorbeuge, dass ich Deadlocks vermeide, dass ich Deadlocks vielleicht erkennen kann und wieder auflösen kann. Genau. Jetzt ist hier die Frage noch gewesen, noch mal ganz kurz zum Monitoren. Ist der Borrow-Checker in Rust auch eine Art Monitor? Ich würde sagen, im Allgemeinen erstmal nein, weil ein Monitor ein Laufzeitkonzept ist und der Borrow-Checker in Rust was Statisches ist. Das passiert zur Compile-Zeit. Aber es gibt natürlich, also die lösen damit natürlich dasselbe Problem. Ja, völlig, da ist die Parallele da. Genau. Das meiste, hier haben wir ja schon zur Genüge gehört. Ja, also wir haben immer noch Prozesse, die arbeiten nebenläufig, zumindest konzeptionell nebenläufig. Es kann also durchaus sein, dass ich auf einem Uni-Prozessor-System technisch immer nur einen Prozess am Laufen habe. konzeptionell sind die nebenläufig. Ich koordiniere mit Sekundisationsprimitive, zum Beispiel mit einem Semaphore. Ich will passiv warten und nicht aktiv. Und ich kann mit dem Semaphore verschiedene Dinge tun. Wechselseitiger Ausschluss, einseitige Sekundisation, betriebsmittelorientierte Sekundisation. Und, das haben wir schon in der ersten Vorlesung gesehen, in der zweiten, sorry, in der zweiten Vorlesung gesehen, diese Wartemechanismen, die können auch zu Deadlocks führen. Ja, und das ist das Beispiel aus der ersten, sorry, aus der zweiten Vorlesung. Da haben wir so eine Kreuzung, da kommen vier Autos rangefahren und bei mir in der Nachbarschaft gibt es eine Kreuzung, die sieht regelmäßig so aus. Da stehen die Leute dann da und ja, rechts vor links, ja, keiner darf fahren. Jetzt passiert nichts mehr. Die Leute sitzen in einem Auto und müssen verhungern, rufen vielleicht nochmal ihre Verwandten an irgendwie, war schön mit euch. In der Realität wird natürlich an der Stelle begreift, also Straßenverkehrsautos, die hier sagt, das muss irgendwie, die müssen sich irgendwie müssen sich irgendwie austauschen, die müssen irgendwie kommunizieren, die müssen irgendwie winken, dann lässt einer vielleicht dem anderen mal die Vorfahrt und das löst sich dann doch irgendwie wieder auf. Prozesse können das in der Regel erstmal nicht, ja, und Deadlock-Situationen wie diese kann es auch in Prozessen geben. Ja, und das ist das, worüber diese Vorlesung geht. Wir müssen dieses Problem mal ein bisschen genauer verstehen. Ja, warum ist jetzt an dieser Stelle ein Deadlock aufgetreten? Vereinfachen wir das mal auf zwei Autos und zwar zwei Autos, die beide links abbiegen wollen. Ja, also, Auto Nummer 1, sorry, oder Auto Nummer 2, das fällt hier auf die Kreuzung ran. Naja, gut, und was muss dieses Auto hier machen? Das muss hier erstmal in diese Teilfläche, diese Fläche R hier einfahren, die rechte Fläche, und dann, um letztendlich dann hier rüber zu kommen, muss es noch kurz die Fläche L auch noch belegen. Ja, und dann irgendwann ist das Hinterteil von dem Auto aus der Fläche R raus und dann irgendwann auch aus der Fläche L und dann ist es durch die Kreuzung durch. Das andere Auto macht das Gleiche, nur halt spiegelbildlich. Ja, das muss erst die Fläche L hier belegen, dann muss es die Fläche R belegen, dann kann es die Fläche L wieder freigeben und dann verlässt es die Kreuzung hier nach rechts. In diesem Moment hier, die beiden Autos sind noch nicht in die Kreuzung eingefahren, ist eine Verklemmung, ist ein Deadlock, die kann man heutzutage tatsächlich synonym benutzen, die beiden Begriffe. Ich habe nachgeguckt, Deadlock steht tatsächlich im Duden, mittlerweile. Ist ein deutsches Wort, jetzt? In diesem Moment ist ein Deadlock möglich und wenn beide Autos soweit schon fortgeschritten sind in ihrem in ihrem Fahrervorgang hier, im Kreuzungsabbiegevorgang, dann ist ein Deadlock aufgetreten. Auto 1 belegt L und braucht jetzt R, Auto 2 belegt gerade R und braucht jetzt L. Die warten wechselseitig auf das jeweils andere Kreuzungsstück. Und unter der Annahme, dass ich zum Beispiel das eine Auto nicht das andere Auto wieder von der Kreuzung schieben kann, also dass das Auto 1 zum Beispiel das L wieder freigeben kann, indem es nochmal einen Meter zurückfährt oder so. Wenn ich das mal ausschließe, dann kann es hier keinen Fortschritt mehr geben. Soweit so klar, wir haben hier Betriebsmittel, die werden nacheinander belegt und die werden von beiden Beteiligten dummerweise in einer anderen Reihenfolge belegt. Der eine erst R, dann L, der andere erst L, dann R. Da wird erst das eine belegt und dann das andere belegt. So ein Nachfordern passiert hier und das kann, muss nicht, kann zu einem Deadlock führen. Die Situation hätte ich auch anders ablaufen können. Es hätte sein können, dass das Auto 2 20 Sekunden vor Auto 1 hier an die Kreuzung kommt, dann belegt der R, dann belegt der L, dann gibt der R frei, dann gibt der L frei, dann ist er hier raus und dann kann das Auto 1 auch noch machen und alles ist gut. Kann passieren, muss aber nicht. Abstrahieren wir davon mal noch ein bisschen und um das zu tun, möchte ich, dass Sie erst mal dieses Diagramm hier kurz verstehen. Das ist mein Prozess A1 oder Auto 1. der macht irgendwie Fortschritt, der startet irgendwann mal und dann läuft der durch. Das ist also die, die X-Achse ist hier der Fortschritt des Prozesses A1 und wenn der, wenn ich hier angekommen bin, irgendwo in dieser Achsen, in dieser Y-Achsen parallelen geraden hier, dann ist Prozess A1 durchgelaufen. Dann hat er die Kreuzung überquert und das gleiche gilt hier für Prozess A2, dessen Fortschritt ist hier auf der Y-Achse aufgetragen. Und auf einem Uni-Prozessor-System habe ich in der Regel so Abläufe, wo zum Beispiel mal ein bisschen der Prozess A1 läuft, dann gehe ich hier also nach rechts, dann läuft ein bisschen A2, dann läuft ein bisschen A3, dann läuft ein bisschen A4, also ich mache hier so einen Zickzack-Weg durch dieses Diagramm durch, bis ich irgendwann mal rechts oben angekommen bin. Macht diese Darstellung für Sie Sinn? Wenn ich ein Multiprozessor-System habe und diese Prozesse echt parallel laufen können, dann habe ich vielleicht sogar schräge Abschnitte irgendwie. Dann können beide gleichzeitig Fortschritt machen, aber das tut jetzt erstmal hier für dieses Problem nichts zur Sache. So, gehen wir zurück zu unserem Autoproblem. Wir haben also die beiden Betriebsmittel L und R, linke Kreuzungshälfte, rechte Kreuzungshälfte und ich weiß auch, beide Prozesse brauchen beide irgendwann mal in ihrem Ablauf. Das Auto 1 braucht erst hier ab diesem Zeitpunkt hier das Betriebsmittel L. Irgendwann braucht es auch noch zusätzlich das Betriebsmittel R, dann kann es irgendwann, wenn das Hinterteil irgendwann aus dem L rausgefahren ist, das L wieder freigeben, dann braucht es noch ein bisschen länger R, irgendwann ist beides freigegeben und irgendwann sind wir dann aus der Kreuzung rausgefahren. Okay? Und bei dem anderen Auto ist es genau andersrum, erst R, dann L. Ja? So. Wenn wir jetzt diese beiden Betriebsmittel hier betrachten und diese Anforderungsreihenfolge, sehen Sie einen Bereich, in den ich nicht reinkommen kann mit meinen beiden Prozessen. Einen Bereich in diesem Diagramm, wo ich nicht rein kann. Ja? Es geht mir um den Bereich, den man nicht betreten kann. Moment, also das ist ja so ein ganzer Bereich hier, so ein ganzer Abschnitt. Dann gehe ich jetzt hier nach rechts. Also, dass beide Autos im linken und im rechten Bereich sind, geht natürlich nicht. Völlig richtig. Es gibt noch mehr Flächen in diesem Diagramm, die auch nicht gehen. Wie ist denn zum Beispiel diese Koordinate hier? Es wären beide in L. Das berührt diese blauen Abschnitte von beiden. Beide hätten in diesem Moment L. Geht nicht. wechselseitiger Ausschluss bei diesen Kreuzungsabschnitten. Ich zeichne jetzt hier mal diese Flächen ein. Das ist, was Sie gerade gemeint haben. Das ist also der Abschnitt hier, wo beide beide haben. Aber auch dieser grüne geht nicht, weil da hätten beide das R und dieser geht auch nicht, da hätten beide das L. Da können wir nicht rein. Das geht nicht. Das heißt also, alle Abläufe, die es so gibt, die gehen hier so irgendwie oder so oder so. Wir haben jetzt auch gerade schon festgestellt, als wir uns dieses Diagramm vorher mal angeschaut haben, es gibt hier nur Bewegungen nach rechts oder nach oben. Aber ich kann nicht wieder nach unten. Da müsste ich ja den Prozess irgendwie zurückrollen. So, und im Allgemeinen geht das erstmal nicht. Das heißt auch, wenn ich hier so ein bisschen nach, ich starte mal hier so und gehe hier so nach rechts und gehe hier so hoch. Wenn ich hier in dieser Ecke hier drin bin, komme ich nicht mehr raus. Ich kann nur noch nach oben, dann stoße ich irgendwann gegen diesen Bereich, wo ich nicht rein kann. Ich kann nach rechts, dann stoße ich hier irgendwann dagegen. So oder so lande ich irgendwann in dieser Ecke hier. Und dann gibt es keinen Fortschritt mehr bei beiden. Das ist genau der Moment, wo man einen Deadlock hat. Ja, also das sind jetzt hier so mögliche Abläufe durch dieses Diagramm. Das sind einfach mal ein paar Beispielabläufe, da gibt es natürlich noch viel mehr. Und das ist der Bereich, wo ich nicht mehr vermeiden kann, irgendwann in einen Deadlock zu laufen. Verklemmung ist hier unvermeidbar. Und hier ist hier dann tatsächlich aufgetreten. Macht das Sinn? Macht Sinn? Finde ich gut. Welcher von diesen Abläufen tatsächlich beobachtet wird, das kommt darauf an, in welcher Reihenfolge diese Autos jetzt irgendwie an die Kreuzung gekommen sind und in welchem zeitlichen Abstand. Wie gesagt, wenn da 20 Sekunden Abstand war zwischen den beiden Autos, dann habe ich das Problem vielleicht gar nicht. Dann schafft es erst mal Auto 2 über die Kreuzung und dann schafft es Auto 1 über die Kreuzung und ich habe kein Problem. Wenn das Scheduling-Verfahren, wenn die CPU-Zuteilung so ungünstig war, dass ich in diesen Bereich hier reinkomme, dann bekomme ich halt irgendwann unweigerlich einen Deadlock. Sobald ich diese rote Linie hier überschreite, lande ich zwingend in einem Deadlock. Dass das überhaupt passieren kann, dass das überhaupt passieren kann, hängt von drei notwendigen Bedingungen ab, die wir uns gleich noch genauer angucken und nur wenn diese drei Bedingungen alle drei halten, dann kann es so einen Bereich überhaupt geben. Das ist jetzt mal ein anderes Szenario, wo wir eben nicht den Fall haben, dass zum Beispiel das Prozess A1 hier beide Betriebsmittel gleichzeitig braucht. Der belegt hier L. Das ist jetzt mal weg von dem Kreuzungsbeispiel. Ich habe jetzt nochmal auf dem abstrakten Prozess hier so ein bisschen geändert. Der belegt hier L, dann gibt der L wieder frei, dann belegt er zum späteren Zeitpunkt R und gibt R wieder frei, hat aber nie beide gleichzeitig. Er braucht nie beide gleichzeitig. Und wenn ich das nicht, also wenn ich das, wenn ich dieses Szenario hier habe, dann kann überhaupt keine Verklemmung auftreten, weil dann kann ich nämlich auch mitten durchgehen und finde immer einen Weg zu dem Punkt, wo beide Prozesse durchgelaufen sind. Schauen wir uns das mal ein bisschen konkreter bei Prozessen an. Bei Prozessen in Betriebssystemen. Was ist ein Deadlock oder auch eine Verklemmung? Wie gesagt, der Deadlock ist jetzt ein Duden, das steht jetzt als deutscher Begriff. Was ist das? Laut der Literatur ist das ein Zustand, in dem die beteiligten Prozesse wechselseitig, also wir haben irgendwie so eine symmetrische Beziehung, wir warten wechselseitig auf den Eintritt von Bedingungen, die nur durch andere Prozesse in derselben Gruppe hergestellt werden können. Also die beiden Autos warten wechselseitig darauf, dass das jeweils andere Kreuzungsstück freigegeben wird und nur andere Prozesse in derselben Gruppe können, also das jeweils andere Auto kann das andere Kreuzungsstück überhaupt hier was hergeben und dann habe ich ein Deadlock. Tatsächlich gibt es sogar verschiedene Varianten von Verklemmungen. Und zwar die Deadlocks und die Livelocks. Die unterscheiden sich zunächst mal nur subtil, aber wenn man genauer hinguckt, ist ein Livelock tatsächlich die unangenehmere Variante. Bei einem Deadlock warten alle beteiligten Prozesse passiv. Deren Prozesszustand ist blockiert. Ich hatte ja das gerade noch gesagt, so ein Semaphore down auf dem Semaphore, der den Wert Null hat, führt dazu, dass das Betriebssystem mich nicht mehr in die Readyliste einreiht, sondern in die Warteliste von diesem Semaphore. Und der Prozesszustand ist in dem Moment blockiert. Bei einem Livelock ist das nicht so. Ein Livelock macht irgendwie aktives Warten. Da wird also zum Beispiel in einer Schleife darauf gewartet, dass irgendeine Variable den Wert Null oder Eins oder sonst was bekommt. Möglicherweise auch noch in einer Variante, die heißt Lazy Busy Waiting. Da ist eine Schleife, die wartet darauf, dass eine Bedingung eintritt und in dieser Schleife ist noch irgendwie so ein Sleep, so ein Warten auf eine bestimmte Zeit. Sleep 1 in der Schleife drin oder so, dass die Überprüfung nur jede Sekunde oder so durchgeführt wird. Aber vom Prinzip her das Gleiche. Der Prozesszustand kann irgendein anderer sein. Der kann auch mal blockiert sein, dummerweise. Bei dem Lazy Busy Waiting, wenn der Prozess gerade einen Sleep macht, dann ist er blockiert. Aber er kann auch Running sein. Also wenn er einfach wartet in der Schleife, dann ist er Running. Aus der Vogelperspektive hat diese Gruppe von Prozessen aber auch keinen Fortschritt. Ja, also man kann ganz leicht einen Live-Log herstellen, indem man halt einfach, naja, zum Beispiel dieses Auto-Beispiel nachimplementiert, aber eben nicht mit einem Semaphore, sondern mit einer Warteschleife. Ja, zum Beispiel mit Lampard's Bakery oder irgendwie irgendwas. Warum sind Deadlocks besser? Naja, der Vorteil ist, man kann, ich kann das von außen erkennen. Das Betriebssystem kann feststellen, ich habe hier so eine Gruppe an Prozessen, die sind alle blockiert und dadurch, dass das Betriebssystem weiß, an welchen Synchronisationsobjekten diese Prozesse blockiert sind, kann das Betriebssystem auch feststellen, hier ist dieser Fall eingetreten. Ich habe hier ein Deadlock. Während bei einem Live-Log das von außen nicht zu erkennen ist. Ja, alle Prozesse sind munter am Rechnen. Ja, vermeintlich am Rechnen, halt in der Schleife, die darauf warten, dass irgendwas passiert. Aber von außen kann das Betriebssystem nicht erkennen, dass hier eine Verklemmung aufgetreten ist. Ja, einfach nur eine hohe Systembelastung. Es gibt halt keinen Fortschritt mehr. Der Nutzer sieht, dass sich da nichts mehr tut. Aber aus Betriebssystemsicht ist das nicht erkennbar. Ich hatte gerade schon von Bedingungen gesprochen, die eintreten müssen oder die gelten müssen, damit überhaupt Deadlocks auftreten können. Und das sind die Deadlock-Bedingungen nach Kaufmann und anderen, die, also ein Paper aus den 60ern. Und da gibt es zunächst mal diese ersten drei Bedingungen. Das sind notwendige Bedingungen. Die müssen alle halten in meinem System, damit überhaupt Deadlocks auftreten können. Das sind also drei generelle Eigenschaften des Systems, die halten müssen, damit überhaupt ein Deadlock auftreten kann. Und diese drei sind zunächst mal, dass die Betriebsmittel, mit denen ich hier hantiere, nur exklusiv belegt werden können. Mutual Exclusion. Sobald ich mir so einen Kreuzungsabschnitt irgendwie teilen kann mit jemand anderem, habe ich das Problem nicht mehr. Also die umstrittenen Betriebsmittel sind nur unteilbar nutzbar. Das muss halten. Zweitens mal, die beteiligten Prozesse fordern Betriebsmittel nach. Oder anders gesagt, sie haben schon ein Betriebsmittel und holen sich danach noch ein zweites dazu. Das Auto hat schon die linke Kreuzungshälfte und nimmt sich dann danach noch die rechte dazu. Hold and wait. Hold and wait auf das Zweite. Sprich, die Betriebsmittel, um die es hier geht, sind nur schrittweise belegbar. Wenn ich die atomar belegen könnte, wenn ich an die Kreuzung ranfahre und sage, zack, beide auf einmal. Atomar. Dann habe ich das Problem auch nicht. Also die Betriebsmittel sind nur schrittweise belegbar. Wenn sie auch atomar belegbar wären, kann ich keinen Deadlock bekommen. Und ich kann keine Betriebsmittel entziehen. No preemption. Ich kann dem Auto, das schon in die rechte Kreuzungshälfte eingefahren ist, nicht die rechte Kreuzungshälfte wieder entziehen, wieder wegnehmen, das Auto wieder zurückschieben in die Straße, wo es hergekommen ist. Wenn ich das kann, kann kein Deadlock auftreten. Das sind also notwendige Bedingungen, die müssen alle drei halten, damit überhaupt Deadlocks auftreten können. Das heißt aber noch nicht, dass einer wirklich auftritt. Um zur Laufzeit zu überprüfen, ob tatsächlich ein Deadlock da ist, muss ich eine weitere Bedingung überprüfen, das ist die vierte, nämlich das zirkuläre Warten, Circular Wait. Wenn ich eine Kette von mindestens zwei wechselseitig wartenden Prozessen habe, die aufeinander warten, dann habe ich tatsächlich einen Deadlock. Das ist eine hinreichende Bedingung. Wenn diese vierte Bedingung hält, dann habe ich einen Deadlock, dann liegt er vor. Die kann aber überhaupt erst auftreten, wenn die ersten drei in meinem System halten. Beliebte Prüfungsfrage. Es gibt zwei verschiedene Arten von Betriebsmitteln im Betriebssystem. Das sind zum einen die wiederverwendbaren und zum anderen die konsumierbaren Betriebssysteme. Wiederverwendbare werden von Prozessen für eine Weile belegt und dann wieder freigegeben. Also zum Beispiel sowas wie die CPU. Ich kann die CPU mal eine Weile belegen, wieder freigeben. Ich kann Teile des Hauptspeichers belegen und zum späteren Zeitpunkt wieder freigeben. Die kann ich aber wiederverwenden. Ich kann ein Ausgaberät exklusiv belegen. Ich kann belege jetzt den Drucker Nummer zwei. Den habe ich jetzt und dann gebe ich ihn irgendwann später wieder her. Wie synchronisiere ich das in der Regel mit gegenseitigem Ausschluss? Also Mutex oder Semaphore mit dem Initialwert eins. Den dekrementiere ich dann auf null. Ich mache ein Wait davor und ein Signal danach und dann kann ich mich dazwischen mit diesem Betriebsmittel befassen und danach ist es halt wieder freigegeben. Wiederum konsumierbare Betriebssysteme sind Betriebsmittel, die ständig erzeugt und wieder zerstört werden, produziert und konsumiert werden. Ja, also zum Beispiel Daten von Eingabegeräten. Ja, Tastendrücke. Wenn ich eine Taste drücke, dann entsteht irgendwo im Betriebssystem, im Interrupt-Händler ein, mal abstrakt gesehen, ein Objekt, das stellvertretend für diesen Tastendruck steht und das landet in irgendeiner Queue-Datenstruktur zum Beispiel und dann gibt es irgendwo einen Prozess, der darauf wartet, dass da ein Tastendruck rauskommt. Dieser Prozess konsumiert diesen Tastendruck wieder und dann ist er wieder weg. Ja, Interrupts, Signale, im weiteren Sinne Nachrichten. Ja, Nachrichten von einem Prozess an den anderen zum Beispiel oder von einem System ans andere werden produziert und irgendwo wieder konsumiert. Und dafür verwendet man in der Regel einseitige Synchronisation. Die konsumierende Seite, ruft ein Wait auf, die produzierende Seite ruft ein Signal auf, auf einem Semaphore. Und die Wait-Seite kann blockieren. Ja, deswegen einseitige Synchronisation, weil die andere Seite, die produzierende Seite, nicht blockieren kann. Hier mal ein Beispiel, wie man sich blockieren kann mit wiederverwendbaren Betriebsmitteln. Ja, wir haben also zwei Prozesse, die ein wiederverwendbares Betriebsmitteln belegt haben, dass hier was vom anderen Prozess hinzugefordert wird. Ja, also wir haben zum Beispiel einen Rechner mit 200 GB RAM und zwei beteiligte Prozesse, die diesen Speicher schrittweise belegen. Ja, wir haben also hier zum Beispiel einen Prozess 1, der belegt hier erstmal 80 GB und dann irgendwann später belegt dann nochmal weitere 60 GB. In Summe also 140. Und irgendwann gibt er die auch wieder frei vielleicht später. Und wir haben hier Prozess 2, der belegt erstmal 70 und dann nochmal 80, also insgesamt 150. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn Prozess 1 durchläuft und dann hinterher seinen Speicher wieder freigibt und dann Prozess 2 durchläuft und hinterher wieder seinen Speicher freigibt, dann habe ich kein Problem. Ja, aber sobald Prozess 1 die erste Anforderung erfolgreich durchgeführt hat und dann der zweite auch seine erste Anforderung durchführt, beide sind, beide klappen, weil 70 plus 80 sind 150 und in beiden Fällen reicht es nicht mehr für die zweite Anforderung. Das Beispiel ist jetzt ein bisschen künstlich, weil in der Regel Speicherverwaltung nicht blockierend implementiert ist in Betriebssystemen. Ja, könnte man aber machen. Ja, aber so erstmal im Allgemeinen habe ich so die Möglichkeit eines Deadlocks im Kontext wiederverwendbare Betriebsmittel. Auch bei konsumierbaren Betriebsmitteln kann das passieren. Da kann es zu einer Verklemmung kommen, wenn ich zwei Prozesse habe, die auf ein konsumierbares Betriebsmittel warten, dass von jeweils anderen produziert wird. Also beide sind Produzenten und Konsumenten und auch die können sich verklemmen. Ja, also zum Beispiel, ja, wie würde ich das synchronisieren? Einseitige Synchronisation, also ein Semaphore, der den Wert 0 hat initial, der Konsument, der Konsument auf diese Seite hier, der wartet also darauf, dass dieser Semaphore hier signalisiert wird. Ja, das wird von dem anderen hier signalisiert, sobald er was produziert hat. Der signalisiert also hier diesen Weight, es darf jetzt hier konsumieren. Ist aber auch selber ein Produzent und signalisiert hier über Semaphore 2, dass hier der Prozess 1 hier endlich konsumieren darf. Ja, und das wird natürlich sofort alles stehen bleiben und keinerlei Fortschritte mehr machen, weil die gegenseitig darauf warten, dass die jeweils andere Seite endlich was produziert. Ja, jeder Prozess wartet auf dieses Synchronisationssignal, deswegen heißt es eben Signal, ja, weil hier signalisiert wird, ich habe jetzt was produziert, wartet auf das Synchronisationssignal des jeweils anderen und der kann wiederum nichts produzieren, weil er gerade auf den anderen wiederum wartet. Die warten also im Kreis. Wie kann ich das visualisieren? Das Ganze, das kann ich tun über sogenannte Betriebsmittelbelegungsgrafen. Ja, das kann ich und zwar nicht nur visualisieren, sondern auch zur Erkennung verwenden. So ein Betriebsmittelbelegungsgraf ist ein Abbild des aktuellen Systemzustandes. Ja, welche Prozesse gibt es gerade, welche Betriebsmittel gibt es gerade und welche Prozesse halten gerade welche Betriebsmittel, also belegen gerade welche Betriebsmittel und welche Prozesse fordern gerade welche Betriebsmittel an, also warten darauf, dass irgendein Betriebsmittel frei wird. Und das hier ist so die Legende zu diesem Grafen. Ja, also diese Kreise, das sind die Prozesse und die Rechtecke sind die Betriebsmittel und die sind auch jeweils durchnummeriert. Ja, und die Kanten, die zeigen Anforderungen oder Belegungen an. Wenn eine Kante vom Prozess zum Betriebsmittel geht, dann heißt das, der Prozess fordert gerade dieses Betriebsmittel hier an und wenn die Kante dann irgendwann mal umgewandelt wird in eine Kante in die andere Richtung, dann hat der Prozess erfolgreich dieses Betriebsmittel belegt. Soweit sinnvoll? Und dann schauen wir uns mal einfach ein Beispiel an. Ja, wir haben also den aktuellen Zustand. Wir haben Prozess A, der belegt das Betriebsmittel R und will zusätzlich noch S haben. B belegt gar nichts, will aber T haben. C belegt auch gerade noch gar nichts, will aber S haben und so weiter und so weiter. Und die spannende Frage ist, liegt jetzt hier zirkuläres Warten vor? Ja, Kaufmann-Bedingung Nummer 4. Haben wir zirkuläres Warten oder anders gefragt, haben wir einen Deadlock? Und wenn ja, wer ist eigentlich beteiligt an meinem Deadlock? Ja, das kann ich jetzt einfach mal einzeichnen. Ich habe die jetzt mal zufällig angeordnet, diese Prozesse und Betriebsmittel. Ja, wir haben ja also nochmal die Aufgabenstellung hier von der Folie vorher. Der Prozess A, der belegt also R. Das heißt, wir haben hier ein Pfeil von R nach A. A hat dieses Betriebsmittel schon und will zusätzlich noch S haben. Das heißt, wir haben also hier noch eine Kante von A nach S. Wir haben den Prozess B, der hält momentan überhaupt kein Betriebsmittel, will aber T haben, also da geht ein Pfeil von B nach T. C belegt noch gar nichts, will aber S haben. D hat gerade das U, das heißt, wir haben also einen Pfeil von U nach D und will zusätzlich noch T haben. Moment. D belegt U und S, sorry, genau. U und S, also die beiden werden hier von dem D belegt und D will zusätzlich noch T haben. Also B und D wollen beide T haben. Dummerweise ist das T aber schon von dem E belegt. Das ist also die Kante hier in diese Richtung und will das V haben und so weiter. Wenn ich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter klicke, dann stelle ich fest, hier habe ich einen Kreis. Ja. Ich habe hier einen Kreis in diesem Betriebsmittelbelegungsgrafen, also eine zirkuläre Wartebeziehung und damit habe ich hier ein Deadlock. Das System kann an der Stelle keinen Fortschritt mehr machen. Ja, also D blockiert sich in dem Versuch T zu belegen, E blockiert sich in dem Versuch V zu belegen, G blockiert sich im Versuch U zu belegen und damit steht dieser Teil des Systems. Die Prozesse D, E und G sind im Deadlock, sind alle blockiert, können keinen Fortschritt mehr machen. Okay. Diese Art und Weise Deadlock festzustellen wird in der Realität manchmal eingesetzt, ist jetzt aber auch nicht das allergängigste, sage ich mal. Bei den Gegenmaßnahmen war heute wahrscheinlich nicht mehr dazu, aber dann am Freitag. Bis hierhin Fragen zum Betriebsmittelbelegungsgrafen. Okay. Dann schauen wir uns mal ein klassisches Deadlock-Problem an. Das ist so das Textbook-Beispiel, wenn es um Deadlocks geht. Die fünf Philosophen oder die Dining Philosophers, das müssen auch nicht immer fünf sein, aber bei mir sind es jetzt mal fünf. Und diese Dining Philosophers, die sitzen um einen Tisch rum. Die sind auch durchnummeriert von null bis vier, weil macht man halt so als Programmierer. Und die sitzen um diesen Tisch rum und haben auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als zu denken und zu essen. Das sind die zwei Dinge, die sie so tun wollen. Die denken also ein bisschen und dann wollen sie was essen und dann essen sie was und dann denken sie wieder ein bisschen und das Ganze in einer Endlosschleife. So, aber um zu essen, muss also ein Philosoph, zum Beispiel der Philosoph hier, null hier. Der sitzt also vor diesem Teller Spaghetti hier. Damit er essen kann, muss er beide neben dem Teller liegende Gabeln nehmen. Man braucht anscheinend zum Spaghetti-Essen hier in diesem Kontext zwei Gabeln. Nehmen wir jetzt mal so hin. Die braucht ja beide. Abbild noch mal ganz kurz so in die Betriebssysteme-Welt. Also ein Philosoph ist natürlich ein Prozess und eine Gabel ist ein Betriebsmittel und zwar noch dazu ein unteilbares Betriebsmittel. Ich kann nicht gleichzeitig mir die Gabel in den Mund stecken, während mein Nachbar das auch tut. Das ist irgendwie schwierig. Also unteilbares Betriebsmittel kann also erst wieder genommen werden, nachdem ich das Ding wieder weggelegt habe. Bisschen unabhängig ist das vielleicht trotzdem, aber das ignorieren wir jetzt mal. So, kann hier überhaupt ein Deadlock auftreten? Ja, kann es. Ja, und wie kann ich das rausfinden? Ich gucke mir diese ersten drei notwendigen Kaufmann-Bedingungen an. Zunächst mal Mutual Exclusion. Ja, also ich kann mir, während ich mit meiner Gabel esse, kann kein anderer damit essen. Ja, in dem Moment, wo ich das Ding benutze, kann es kein anderer benutzen. Damit ist es unteilbar. Das Zweite, Hold and Wait. Die Philosophen sind so verkopft, sage ich mal, die sind so beschäftigt mit ihren Gedanken, dass sie also nicht atomar zwei Gabeln gleichzeitig nehmen können. Ja, nehmen also immer erst die eine und dann die andere Gabel. Also sie machen ein Hold and Wait, also sie fordern nach. Und sie kommen auch nicht auf die Idee, die Gabel wieder wegzulegen. Ja, also insbesondere habe ich hier No Preemption. Also weder legt ein Philosoph freiwillig die Gabel wieder weg, noch kann ein anderer Philosoph einem Philosophen die Gabel entreißen. Also gibt es auch keinen Betriebsmittelentzug, No Preemption. Damit halten alle drei Kaufmann-Bedingungen, also kann ein Deadlock auftreten. Heißt aber nicht, dass das passieren muss. Schauen wir uns mal an, wie könnte man das implementieren. Das sind also die Dining Philosophers, die quasi als Simulation nachgebildet. Und zwar in der Version 1. Wir werden gleich noch zwei weitere Versionen sehen. In der Version 1. Was macht so ein Philosopher? Naja, die Implementierung hier, die kriegt hier, weil ich die nicht fünfmal hinschreiben will, kriegt hier ein Parameter. Da sage ich hier, bist du Philosoph 0, 1, 2, 3 oder 4? Also who ist einfach die ganze Zahl, wer bin ich? Naja, dann denkt dieser Philosoph erstmal ein bisschen. Man kann sich hier irgendwas überlegen, was der hier tatsächlich tut. In dieser Think-Funktion, in der einfachsten Art der Simulation würde man sagen, der macht hier einen Sleep-Zufallszahl oder so. Dann nimmt er eine Gabel, Grab, und zwar nimmt er die Gabel, er nimmt die Gabeln, die er braucht zum Essen, seine Rechte und seine Linke, oder seine Linke und seine Rechte, wie auch immer. Dann ist er, dann hat er ja beide Gabeln, die er braucht, und dann gibt er seine Gabeln wieder her. So, wie kann ich diese Gabeln abbilden in meiner Simulation? Ich mache das über Semaphore. Und die Semaphore, die haben alle den Wert 1. Also wenn ich die nehme, dann dekrimitiere ich die halt auf 0, mit einem Down oder mit einem P oder wie auch immer, oder mit einem Weight. Und wenn ich die wieder hergebe, dann mache ich ein Signal auf diesen Semaphore. Und deswegen sieht die Implementierung von dem Grab hier auch so aus. Das Hu ist, wie gesagt, die Philosophen-Nummer von 0 bis 4. Und der Philosophen-Nummer Hu nimmt sich die Gabel mit der Nummer Hu und die Gabel mit der Nummer Hu plus 1. Zurück zum Bild. Philosophen 0 nimmt sich die Gabel 0, also seine Rechte, und die Gabel Hu plus 1, also die linke Gabel. Und zwar offenbar in dieser Reihenfolge. Und dann gibt es hier noch dieses Modulo Enfil, das ist die, damit ich hier ein Wrap-Around kriege, wenn ich Philosophen-Nummer 4 bin. 4 plus 1 ist 5. Modulo 5, der Philosophen-Nummer 4 muss dann die Gabel 0 nehmen. Philosophen 4 muss Gabel Nummer 4 und Gabel Nummer 0 nehmen. Und dieser Wrap-Around von 4 auf 0, das macht dieses plus 1 Modulo Anzahl Philosophen. Übrigens hier, Verwechslungsgefahr, hier ist nicht der System auch von Fork gemeint, also wo die Prozesse sich verdoppeln und so. Das ist eine ganz andere Baustelle. Hier geht es um die Gabeln. So, und freigegeben werden die Gabeln natürlich wieder genauso. Welche Reihenfolge auch immer hier unten. Aber letztendlich nimmt dieser Philosoph hier seine Rechte und dann seine linke Gabel. Soweit sind Sie noch bei mir? Philosophensimulation. Dummerweise kann mir das tatsächlich passieren, dass sich das verklemmt. Ja, wenn ich jetzt mal annehme, ich habe hier den Philosophen Nummer 0, der nimmt hier seine Rechte-Gabel und dann passiert blöderweise ein Kontextwechsel, Prozesswechsel, Zeitscheibe abgelaufen, was weiß ich. Dann kommt Philosoph Nummer 1, der will auch seine Gabel nehmen, schafft auch erfolgreich seine Rechte-Gabel zu nehmen. Philosoph 2 ist jetzt dran, nimmt auch seine Rechte-Gabel, Nummer 3 nimmt seine Rechte-Gabel, Nummer 4 nimmt seine Rechte-Gabel, Nummer 4 will auch seine linke Gabel nehmen, die nimmt dann Nummer 0. Die hat aber der hier schon. Ja, das heißt, dieses Weight hier blockiert, weil dieser Semaphore, der Semaphore in unserer Simulation, der dahinter steckt, den Wert 0 hat. Ja, Weight auf einem Semaphore mit Wert 0 führt zur Blockade des Prozesses. Das heißt also, Philosoph 4, 3, 2, 1 und dann auch 0 blockieren alle. Ich habe einen Deadlock. Alle Philosophen blockieren im zweiten Weight. Letztendlich habe ich so einen Betriebsmittelbelegungsgrafen in dem Moment. Okay. Schlecht. Ja, will ich irgendwie nicht, weil diese Philosophen verhungern jetzt alle. Das ist irgendwie irgendwas, was ich irgendwie gerne vermeiden würde als Anwendungsentwickler oder vielleicht auch als Betriebssystementwickler. Aber ich versuche das mal auf Anwendungsebene. Ich versuche das jetzt mal anders zu implementieren. Ich baue mir noch einen zusätzlichen Semaphore vor, den nenne ich Mutex. Erinnere sich auch mit 1. Und ich baue jetzt hier um dieses Grab herum so eine Sperre, dass während ein Philosoph gerade zwei Gabeln nimmt, kein anderer seine zwei Gabeln nehmen kann. Weil der nächste Philosoph, der zu dieser ersten Zeile in dem Grab hier kommt, der wird dann hier blockieren. Ja. Ich verwende hier also Semaphore, um diesen kritischen Abschnitt, währenddem ich irgendwie gestört werden kann und was dann letztendlich zu diesem Deadlock-Szenario führen kann, dass währenddessen kein anderer dieses Grab ausführen kann. Werde ich so die Deadlocks los? Die Folie suggeriert schon so ein bisschen, ja klar. Also ja, das funktioniert. Das Problem ist bloß, richtig gut ist die Lösung nicht. Ja. Also, warum ist das Deadlock-frei? Naja, das führt eben dazu, dass durchaus es passieren kann, dass ich zum Beispiel hier blockiere oder auch von mir aus hier blockiere, weil diese Gabel gerade von jemand belegt ist. Aber in dem Moment wartet kein anderer Prozess auf seine Gabeln. Also alle anderen Beteiligten haben entweder schon Gabeln oder sie warten gerade hier oben in diesem ersten, auf diesen NewTags. Mit nur einem Prozess, der auf Gabeln warten kann, kann ich keinen Zyklus bauen. Ich habe damit also bei Construction verhindert, dass es einen Kreis gibt. Für einen Zyklus brauche ich immer mindestens zwei. Ja, und alle anderen, die gerade hier oben in diesem Weight hier sind, die haben keine Gabeln. Ich kann also keinen Zyklus bauen auf diese Art und Weise. Richtig toll ist das trotzdem nicht. Ja, also ich bin jetzt zwar Deadlocks losgeworden, aber wenn ein bestimmter Philosoph gerade ist, dann blockiert der direkte Nachbar in diesem kritischen Abschnitt hier. Der blockiert dann bei einem Versuch, seine rechte Gabel zu nehmen. Der Philosoph Nummer 1 braucht ja auch die Gabel Nummer 1, die aber jetzt gerade schon Philosoph Nummer 0 hält. Das heißt also, Philosoph 1 betritt hier den kritischen Abschnitt, blockiert also diesen Mutex, versucht dann die Gabel Nummer 1 zu nehmen und blockiert dann in diesem Weight hier. Während er immer noch den Mutex hält. Und während er darauf wartet, kann kein anderer essen. Alle anderen Philosophen, die möglicherweise sich die Gabel 27 und 28 brauchen, die gerade frei sind, können auch nicht ihre Gabel nehmen, weil dieser kritische Abschnitt blockiert ist, dieser Mutex hier, verhindert das. Das führt also dazu, dass ganz, ganz viele Philosophen sehr lange auf ihre Gabeln warten müssen und mal wieder ein bisschen abstrahiert betrachtet sehr geringe Nebenläufigkeit. Die Ressourcen in meinem System, die Betriebsmittel, werden sehr schlecht ausgelastet. Da liegen ganz viele Gabeln rum, es könnten eigentlich, sagen wir mal, die Hälfte meiner Philosophen könnte jetzt essen, aber möglicherweise ist gerade nur einer, nämlich der mit der Nummer 0 zum Beispiel. Will man so nicht machen, deswegen kann man das noch ein bisschen anders implementieren. Sie sehen, es wird jetzt schon wieder ein bisschen komplizierter. Das müssen Sie auch nicht im Detail verstehen. Ich wollte erstens mal zeigen, es gibt eine Lösung, die sowohl Deadlock-frei ist, als auch maximale Nebenläufigkeit erlaubt. Wenn Sie sich das in Ruhe noch mal zu Gemüte führen wollen, da stecken tatsächlich zwei Ideen drin. Die eine Idee ist, dass wir nicht ein Semaphore pro Gabel haben, sondern ein Semaphore pro Philosoph. Ein Semaphore pro Philosoph, um Philosophen gezielt blockieren und deblockieren zu können. Das ist der eine Baustein, der hier wichtig ist. Und der andere Baustein ist ein Synchronisationsmuster, nämlich das bedingte Blockieren. Der Knackpunkt hier ist zum Beispiel dieses Grab. Ich habe hier wieder diese Mutex und ich hatte gerade das Problem mit der Nebenläufigkeit, wenn einer diesen Mutex hält, dann kann kein anderer mehr da rein. Das heißt, ich sollte nicht innerhalb dieses kritischen Abschnittes an einem anderen Semaphore blockieren, weil ich dann alle anderen daran hindere, in diesen Mutex-Bereich einzutreten. Und das wird hier gelöst durch, naja, hier Weight und Signal, das ist also diese Mutex-Benutzung hier. Und diese Testimplementierung hier, die macht einen, die überprüft hier irgendwelche Bedingungen, wer ist gerade hungrig, ist mein Nachbar gerade hungrig oder isst der gerade oder welchen Zustand sind meine Nachbarn gerade. Und dann wird also abhängig von dieser Bedingung hier ein Signal gemacht auf einem Semaphore. Der wird also erhöht, nämlich der eigene Semaphore wird erhöht. Und dann verlasse ich dieses Test wieder und dann wird ein Signal gemacht auf dem Mutex, das ist der Mutex, wird wieder freigegeben. Ich erlaube wieder anderen Prozessen nebenläufig irgendwas zu tun mit diesem Grab hier. Und zwischen dem Weight und dem Signal habe ich mich nicht blockiert, weil da nämlich kein weiterer Weight-Aufruf ist, sondern ich mache das Weight erst außerhalb von diesem Abschnitt hier. ja, und dieses Weight hier, das blockiert sich oder blockiert sich nicht, je nachdem, an demselben Semaphore, der hier signalisiert wurde. So, was für einen Effekt hat das? Das hat den Effekt, wenn diese Bedingung in dieser Testfunktion war, dann wurde dieser Semaphore um eins erhöht, und ich verlasse das Test, ich gebe jetzt den Mutex frei und dieses Weight hier läuft durch, ohne zu blockieren, weil der Semaphore den Wert eins jetzt hat. Wenn diese Bedingung falsch war, dann wurde dieses Signal hier nicht ausgeführt, der Semaphore hat weiterhin den Wert 0, und dann blockiert es hier, aber außerhalb von diesem Mutex-Bereich. Ja, also ich habe dieses Blockieren außerhalb dieses Mutex-Bereiches verschoben und dadurch verhindert, dass ich mich innerhalb des Mutex-Bereiches blockiere und damit die Nebenläufigkeit verringere. Ja, das sind so die beiden Ideen, die hier drin stecken. Dabei will ich es auch lassen für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich mache am Freitag weiter mit Deadlocks. Dankeschön.